Den rechten Arm jetzt nehmen, nach vorne ausstrecken und nach hinten in einem großen Kreis und dem Arm auch ein bisschen nachschauen. Einatmend nach oben, schau in die Hand, bring die Handfläche zu dir und ausatmen nach hinten. Einatmend die Hand genau und ausatmen jetzt den Arm wieder drehen, dass du die Schulter in ihrer natürlichen Bewegung lässt. Einatmen, ausatmen, bringst du den Arm nach unten. Einatmen, den Arm nach oben, ausatmen, wieder hinunter. Ein letztes Mal, einatmen, ausatmen und wieder sinken lassen. Dasselbe mit der anderen Hand, den linken Arm nach oben heben, schau zu der linken Hand, ausatmen und jetzt drehe die Hand genau, dass du die Schulter, dass du spürst, dass es der Schulter auch gut tut. Einatmen nach oben und nach hinten reisen. Wieder einatmen nach oben und ausatmen, lösen. Noch einmal einatmen und ausatmen und die Stellung lösen, wieder so ein bisschen die Arme ausschwingen lassen, ein bisschen in die Knie gehen, gleichzeitig dabei das Kreuzbein aushängen und locker in den Knien bleiben. Genau. Und lösen. Sehr gut. Wie geht's dir? Gut. So weit? Sehr gut. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Gut.